Oh! Cool! Jungle Cars 6! Cool! Ich hab'n Skin, eh nicht? Was ist das für Gegner? Trollhard-Gegner? Oh, oh, oh... Leck ich oder was? Komm, wir lecken doch nicht schmuchteln. Ähm... Wo sind wir kommen? Oh lol, ey... Ach, das ist Diamond? Wir sind Silber und Gold und sie sind Platin und Diamond. Fick dich doch, ey. Ja, wir haben noch einen Platin-Spieler. Ja, super. Und einen Silber. Oder haben wir zwei Silber. Wir haben hier nur unseren Rangasilber. Äh, Platin. Und hier bei denen. Platin, 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 Gold. Gold 1 und Diamond 2. Läuft. Gold 1 ist sogar besser als Platin 5. Also, er ist quasi Platin. Nö. Natürlich. Vom Niveau her ist der Gold 1 wohl höher als... Ja, nee, wenn du Ranked spielst, dann ist das besser. Das gebe ich dir eher. Ja. Sag ich doch. Ah, spielt ihr Ranked? Nein. 3 Ranked. Oh, Arkane Explosion. Ich sehe es, komm. Nice. Nee, ich werde alle wegballern. Ich wüsste die alle weg. Foot. Foot. Mach ja die Foot. Foot. Ah, hm, hm, hm. Ich fand's lutschen. Ja. Mütterbrust säugen. Ja. Oh, Junge, ich bin ja bei dem Schimmelbein angekommen, ey. Krass. Das ist aber echt ein richtiges Trollbein. Ein richtiges Ogrebein. Ja, mal das ist ein richtiges Trollfuss, ey. Das passiert, wenn man die nicht wäscht. Krass, das ist eklig, ey. Oh, oh, oh. Der kickt dich damit, oder berührt dich kurz mit der nackten Haut. Kommst auch diese Seuche, ey. Zombie-Infektion. Schiff, du machst dein Bein weg. Ja, dann sagt er, ich geh da mal, ne. Oh mein Gott, halt die Fresse, du Bastard. Ja, fängt er schon vor, vor dem Game hier an rumzuheulen. Spassi, ey. Wie denn? Ja, unser Topline. Oh, 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 I will need help, oh, 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 oh. Hurensohn. Hurensohn oder Hurensohn? Oh, ups. Mit Fallen liegen beschäftigt. Hurensohn, Hurensohn. Hurensohn. Hurensohn, Hurensohn. Hurensohn, Hurensohn, Hurensohn. Mike ist ein Hurensohn. Mike ist ein Hurensohn. Hurensohn. Oh man, wie schreib ich in Chat, ich bin Farbe. Das ist irgendwie, jetzt komm, ich bin Eiergang. Eierenacken. Und gerade das eigentlich voll krass, Sport, wenn er mich trifft, dann ist vorbei, ey. und mein Text richtig gesloot und ein paar bei den Kiez er hat mich übelst Alter, die Fresse, du Suss! Alter, die Fresse, du Suss! Die Gnecken, Junge. Nervous, Nervous, Heart. Nice! Keine große Leistung mit Tristana. Junge, das war zu schnell, er kann nicht mal gegenburien. Der Klappen. These guys doost. Oh man! Oh dope, kann sich's unten, ne? Schon? Ja, der will nur ein bisschen abfahren. So leer, ey. Da, da war ein bisschen dein Miterspieler, der AD Carry. Abhin. Wenn ich loslege, lege ich richtig los, ey. Ist das so? Oh. Oh shit. Und der BB gehen. Wer war das Blatt? Ja, wer wohl? Random. Wer rumgeheult hat? Oh shit. Ja, ja, ja. Hab ich mir aber schon gedacht. Top plus, top plus. Ja, unser, unser höchster Spieler ist... ...natürlich der schlechteste. Platin ist gar nichts wert. Platin ist ein Scheißdreck, ey. Ne. Pfff. 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 Arme Kadas. Pfff. Der frisst viel, ne? Sieht man ihm doch an. Ey, lutscht. Pfff. Gott, gegen welches Spiel? Das ist so kacke. Oh mein Gott, hab ich grad viel Lastsits verpasst, ey. Ey, Jum. 3 Pi Pfff! Pfff! Pfff, pfff! 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 Boah, stinkt man für uns, Alter. Das ist ja unbewert. Oh, Dead Speer. Du musst einfach poken ein bisschen, ne? Ja, wie lange willst du noch zacken, schüler? Dann musst du langsam los. Ich werde abgeholt, glaube ich. Ach, die Jeans kommen zu dir? Ja. Mein Fechter abchecken. Boah, ich muss zu essen gehen, ey. Ich habe Bock, geh rum. Dead Raven. Oh, lol. Ey, Kha'Zix. Oh, botlane. Unten. King, ich bin der King. In den Augen verlasse ich mich nicht. Ein Kerebus. Oh, mein Gott, ich bin der Blad. Ja, jeez. Ey, ich geh nicht in den Eich. Fertig. 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 Ja, am besten in die Mitte kommen, um noch mehr zu feaden, ey. Lol. Was finde ich Basti, ey. Was finde ich Basti. Zum Glück ist das nur sein Pre-Mate. Ey, Dings ist da. Ja, also ich könnte ihn auch töten. Er ist rüber gesprungen, er ist rüber gesprungen. Versuch vielleicht nochmal von da zu kommen. Jugendgold, ey. Ho, 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 ho. Geh, 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 geh. Willst du Gehladien? Oh, oh. Läuft gar nicht mehr. Was? Ich hab, ich hab falschen Spell benutzt. LoL. Ups. Tu gut. Wir sind nicht gereicht, ey. But win. But win, but it's win. Ah, ah. Oh, Kha'zix. Oh, loL. Ich hab' schon vor, sich schaden nochmal. Komm, wir gehen zurück. Ready to reap. The Earth Mother. Das ist der ganze Boot gang, ich glaub, die haben nicht gewordet. Ist das so? Ja. Werde ich mir mal überlegen, ob ich's tue. Ob das Mana noch reicht. Ja. On my way. On my way. Ah, Kha'Zix ist grad oben. Ich muss Mitte covern. Wir bleiben nach oben. Please. Dead Teamwork. Haben die zwei Wards gelegt in einem Busch. Gut für uns. Ich hab die zwei Wards gelegt. Oh lol. Wo denn? In welchem Busch? Unser. Ich hab die zwei Wards gelegt. Komm. Oh, der wird gesaved. Ich passt dir, ey. Ich passt dir, ey. Musch. Oh lol. Spring ihn an, töte ihn. Ich spring wieder zurück. Naja. Muschi. Kha'Zix ist schon unten. Der hat mein fucking Red. Was? Da müsstest du gleich unten sein, oder? Und Grazen unten. Und Grazen unten. gut zu sehen, wie du schwach ganken was? Dies. Unten könnten ihr die Sandwitschen hier. Da ist einer. Yo, Wixxer? Ist deren Blue noch da? Finde ich. Der Stragma. Der Blue müsste noch da sein. Der meiner ist gerade... Fuck. Da muss ich auf meinen Blue aufpassen. Boah, Twin. Die kommen, ey. Pass auf. Haben die Asura gerade bekommen noch? Ja, ne? Hast du W gemacht? Was? Ja, hauen. Jungs dort rein. Ja, hauen. Ja, hauen. Wir sehen uns, Michael. Nein, ja. Wir sehen uns. Ja. Wir sehen uns. Das ist total brutal, Alter. Ich habe den. Das ist so cool. Ey, Botlane! Könnt ihr da vielleicht was reißen? Ich glaube, nicht. Ich weiß. Der ist Low, der ist bei einem dritten Leben. Halben Leben, dritten Leben. Aber wer weit der ist. Ich kann noch nicht hin. Oh, die sind los. Long schafft das dann. Galkas ist weg. Ah, mein Arsch juckt so. Ah. Weil schon drei Leute rein. Weil ich's kann. Nein, ich nicht. Nee. Ja. Wir gewinnen das nicht. Nicht schmeißen, ey. Schmeißen? Wohin? Ich habe keinen Charme bis jetzt. Nicht wirklich. Ich muss mich vom Farm abhalten. KASIX. 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 Der ist ja nur am Campen, der Wichser. Was kann der eigentlich? Guten Tag. Guten Tag. Lass reinkommen. Na, okay. Achso. Achso. Wow. Du bist hier richtig. Ähm. Ja. Und, siehst du dich nicht nach Deep Falls gefahren? Der überrascht mich. Echt? Ja. Die, die, die quatschen mich aber immer noch, ne? Und du bist trotzdem stark geblieben. Oh mein Gott, was war denn die von mir? Ja, weil die stolz auf mich. Ja. Habe ich nicht mitgerechnet. Oh, du stirbst. Ah, du stirbst. Please, please. Please, vier gegen zwei. Come on, come on. Leblanc. Oh, der Kragas ist greedy, der greedy. Was? Ich bin nachher noch da. Wir sind... Ich bin noch da. Also, da sind ja alle da. Ne, drei von uns sind da. Die alle sind gut. Schulan geht weg. Achso. Ich geh mit der Ficken. Äh, knallen. Meine ich. Was ist das so? Ah! Geh doch weg, Leblanc, ey! Mann, ey, fuhr die Idioten. Was war die Botlane? Okay, ich komm da rein. Dann sag ich noch mal wieder. Oh. Äh, falls der Teil da nicht mehr da ist, der roten Rutscher ist, naja, ne? Aber nicht so weit rutschen, ne? Nee, danke. Äh. WUH! Loool! Wir verlieren. Renekton's for strong. Löl. 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 Wir haben voll auf die Schneize bekommen. Ja. Na gut. Aber ich hab mein Hydras zusammen. Jetzt müsste ich eigentlich den Draven so wegschießen können. Den Gragas auch. Den Gragas nicht. Ja, ich bin schon ein bisschen tankig mit seinem Be. Ist wirklich so. Ja, wenn er ein halbes Leben hat, den kann ich so wegschießen. Bei vollem Leben natürlich nicht. Er wird kein Ignite. Oh mein Gott. Wir werden Smite. Ich hoffe mal, die kommen nicht zu meinen roten. Ne. Ist das Draven top? Soll ich top defen oder was? Ja. 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 Aber so. Wir werden jetzt die Flügelchen geskillt. Ich kann hier weiter springen. Strange ist sogar voll geil mit den Flügelchen. Er ist auch hier. über die Flügelchen mit dem Flügelchen ausgelösen. Der Zuo. Meinst du, der kriegt mich? Wir können uns zu zweit packen. Ja, okay. Komm, er ist ein Ding so offen. Nein, überhaupt. Oh, shit! Ich bin der King. Gedankt! Oh mein Gott, er ist da unten! Ich bin zu low. Lord, mit dem Sprung. Holy shit! Oh, Draven, Ult! Mist! Oh, doch nicht. 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 Ja, ne. Ist klar. Aber die pushen aber hart, ey. Irgendwann habe ich gerade zwei Kills abgebrochen. Ja? Ja, dann machst du das nächste Mal gar nichts. Selbst-Off-Liner. Wow, ey. Immer das gleiche mit diesen Supportern. Der Gegend ist ja kein Maschen-Schaden, ey. Ich bin fast gestorben mit einem Penner, ey. Ich bin wirklich geburstelt, ey. Wurst! Hm, was kaufe ich mir denn jetzt? Oh, mein Gott. Ich bin auf dem Top. Ich bin gebürt. Lass. Lass wisper. Oh, Gott. Pass auf den Yazoo. Boah, machte viel Schaden jetzt. Killing Spree. Mit derfen? Killing Spree. Killing Spree. Oh, ne. Oh, Lool. Da weißtbehinderten Tower range vielleicht. Der Trow, der Trow. Fuck. Ist Rington noch full-life? Da hau ich lieber. Den Draven kann ich aber so wegbursten. mit old alles kass kam ja oft gewesen was mit dem dragon der frisst ja schon gar nichts mehr ich habe keine skills mehr kein problem alles auf kohle und der sprung ist auf kohle und über den sprung will ich gar nichts machen die wollen gleich zu mir versuch mal den draven zu holen wenn er da bleibt es muss jetzt als team zu einspielen tierc die verfolgen dich er verliert seine lane und geht nur backdown ist so ein waschlappen uns zu fieden nur so nein er geht backdown oder king fast gefickt alter ja 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 total geil und Okay, Hydras, mein neues Lieblings-Item, werde ich jetzt auf jedem bauen, auch auf Range-Charakteren. Ahm! 6-3! Get fucked! Get fucked! Get fucked! Push, push, ey, Botlang, bin top. Scheiße auf den, ey. Bin top. Mach einfach weiter Druck. Elektron ist weg. Ich fang den ab, ey. Oh, top ist noch voll voll! So voll! Noch unberührt, Wärtchen? Oh man! fängt er sich mitte 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 leise mitte ich komme unter mitte weiter aber nie pustPche weiter schaffst ihr wohl zu dritt oder dessen wenn er die jetzt nicht back down und auch weg können ja so Ich habe einen Rengi, Buckingfarm, Wundong für Position. GOOOOOOOD! Mach den Turm fertig. No, come on, come on. Oh yeah. So viel Skill hast du gesehen? Das war all Skill. Ja, total. Sich in Bischen verstecken, total Skill. Mach Endeton, komm, ich hole noch mal und fertig. Gucken. Ich brauch den nicht. Ich hab Red Buff. Der Kha'zix ist da. Dann nehm ich den. Lass Mitte alle ficken, ich bin richtig dick jetzt gewonnen. Oh Gott! Ich hab das nicht. Ich hab das nicht. Oh Gott! Oh mein Gott. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Oh mein Gott. Er verliert doch gegen Yasuo. Was macht er da? Oh mein Gott. Oh mein Gott. In der Base. Oh mein Gott. biscuits. Er ist übel, Alter. Du hast mich unterstellt. viel zu gut ja was war vorhin was ketzt ja das keine ahnung was das war wie gnädig ich sogar bin wow er so hat dabei bekommen dadurch mich getötet und du hast es beim ding ist schon dauernd ich habe alles außer den weh dieser schlampe hoch evolved es gibt pink wardet hier keiner von euch ach ich hab keinen smite ne kassiks auch nicht nicht feiten wir machen sowas von fertig vom jasuo hat er schon gerne gekauft ok noch nicht dann geht er noch da und schnell lass mich doch leechne ihr spacken hinter uns hinter uns hinter uns rüber geschossen hat keine ulti mehr komm ha andys oh ich bin so gut andys ey ich hab zwei gekillt bin entkommen wow so gut so gut oh geht ja war aber auch nur die lappige botlane die ich getötet habe leider ja botlane pushen oder was geht mehr rap auf oh ich hab mir damit ein bt leisten können ja man und schon ist bt Oh, die Dreine-Farm geknackt. Ja, sollen wir nicht noch irgendwas starten hier, während wir Buff haben? Ja. Kha'Zix hat GA, diese Schwuchtel, ey. Micha, kannst du mich tiefer hier, wenn es geht? Ah, ich dachte ich Max Attack Speed, obwohl ich hab schon fast Max, weil wir Max haben. Kha'Zix, ey. Was macht der da? Schade. Ich hab gar nichts daraus bekommen, ey. Gar nichts! Ja. Easy. Ey, ich stand wild. Ey. 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 Ey.